Die digitale Sprechstunde vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Brandheiß, brandgefährlich, leider manchmal auch brandverletzt. Jedes Jahr müssen in Deutschland knapp 30.000 Kinder mit Verbrennungen und Verbrühungen ärztlich behandelt werden. Insbesondere jetzt in der Grillsaison, die ja auch in Hamburg so langsam beginnt. Wie man solche Unfälle vermeidet und was zu tun ist, wenn es doch passiert, darüber sprechen wir heute in dieser Folge der digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich auf meinen Gast. Dr. Christiane Gödeke ist bei mir. Sie ist Oberärztin für Kinderchirurgie an der Asklepios Klinik Nord. Und diese Klinik, das kann man an der Stelle auch schon mal sagen, setzt sich seit Jahren ein für Prävention und klärt Eltern auf über die Gefahrenquellen im Alltag. Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ich bin Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf dieses spannende Gespräch. Ja, Frau Dr. Gödeke, wovor haben Sie mehr Angst? Vor der Grillsaison oder vor der Weihnachtszeit? Aus beruflichen Gründen. Eigentlich muss man sagen, nimmt sich das leider nicht viel. Beides ist immer wieder mit Brandverletzungen verbunden. Und jede Saison hat ihre eigenen Gefahren. Und da sind wir auch schon beim Thema, wenn man die Gefahren kennt, kann man sein Kind gut schützen. Und da geht es eigentlich los. Und deswegen ist für uns quasi die Prävention an erster Stelle, weil wir gar nicht erst diese Verletzungen sehen wollen. Natürlich, die ja auch höllische Schmerzen machen und teilweise auch langwierig sind in der Behandlung. Darüber wollen wir auch noch sprechen. Aber ich habe gelesen in einer Studie, dass 60 Prozent immerhin dieser Unfälle, dieser Brandverletzungen zu vermeiden sind, wenn man die Gefahrenquellen kennt, so wie Sie sagen. Was sind denn die Hauptgefahrenquellen? Gut, der Grill ist klar, oder? Ja, der Grill. Darüber sollte man denken. Das ist eigentlich ja selbsterklärend, aber so klar ist es oft dann doch nicht und wird leider häufig in der lockeren Umgebung, in der gegrillt wird, unterschätzt. Und das geht quasi los, wie man ihn aufstellt. Er muss kippsicher stehen, windgeschützt möglichst. Die Kinder sollten nicht in der Umgebung spielen. Und wenn man sich das anhört, merkt man schon, naja, in so einem kleinen Garten ist es oft gar nicht möglich, einen Riesenabstand zu halten. Aber wenn alle Erwachsenen sich dessen bewusst sind, kann man ja sagen, hier gibt es jetzt einen kleinen Radius von zwei bis drei Metern. Da haltet ihr euch bitte fern und lauft nicht umher. Ja, da ist schon mal ganz viel Gefahr gebannt. Und dann geht es weiter mit dem Grill anzünden. Viele haben ja heute einen Elektrogrill, der ist natürlich dann nicht ganz so beim Anzünden gefährlich oder Gasgrills. Aber flüssige Grillanzünder wie Spiritus sollte man unbedingt vermeiden. Ja, da kann es richtig zu einer Explosionsgefahr kommen. Und wenn dann ein Kind daneben steht, kriegt es quasi die Feuerwolke ab. Und das mag man sich gar nicht ausmalen. Ja, und man sollte natürlich den Grill auch immer beaufsichtigen und Kinder auch nicht selber grillen lassen, sondern dass immer klar ist, ein Erwachsener, der zuständig ist, reicht das Grill gut runter oder legt das Würstchen drauf. Und dass die Kinder lernen von Anfang an, da darf ich eigentlich nicht hin, sondern dass sie in dem Fall vielleicht sogar ein bisschen Angst vor dem Grill haben. Die schützt in dem Fall. In dem Fall, die dadurch schützt, genau, damit sie wissen, oder darf ich nicht hin, weil da kann mir was passieren. Und selbst wenn das Grillen vorbei ist, ist die Gefahr noch nicht gebannt, haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Ja, leider ist das so. Denn wir erleben es auch immer wieder, dass gerade in Parks oder an Seen oder am Strand die Kohle irgendwo hingekippt wird und nicht nochmal mit Wasser abgelöscht wird, sodass sie oder gar begraben wird. Und da bleibt sie doch noch sehr lange heiß und es werden immer wieder Kinder, kleine Kinder vor allen Dingen, die besonders gefährdet sind, weil sie es noch nicht fassen können, laufen dann durch diese Kohle durch und kommen mit verbrannten Fußsohlen. Und das ist ja was, was man wirklich vermeiden kann. Ja, weil das ist ja dann sehr langwierig tatsächlich. Ja, absolut. Das dauert wahrscheinlich Wochen, oder? Bis die Kinder dann wieder laufen können, schmerzfrei. Ja. Wie viele Kinder sehen Sie denn tatsächlich in der Grillsaison, in der Sommersaison mit Verbrennungen? Jetzt an der Asklepios Klinik in Nord. Kann man das schätzen? Also wir sind jetzt in Nord nicht das Zentrum für Verbrennungsmedizin, das muss man auch fairerweise dazu sagen, sodass wir dort hauptsächlich kleinere Verletzungen sehen, die wir in der Regel ambulant oder in einem kurzen stationären Aufenthalt behandeln können. Aber in Hamburg gibt es ja auch größere Kliniken, die eben auch ein Zentrum für Brandverletzte sind, wie der Wilhelm Stift in dem Fall. Ja. Ja, leider. Leider. Grillen ist das eine. Das ist natürlich so ein bisschen der Aufhänger jetzt unseres Gesprächs. Aber im Alltag sind es natürlich noch andere Gefahrenquellen, auf die man achten sollte. Man weiß ein bisschen natürlich brennende Kerzen, weiß ich auch noch im Restaurant, wenn der Kellner sagt, soll ich? Und man ist mit den Kindern unterwegs, sagt man vielleicht eher nein, damit nicht an der Tischdecke gezogen wird. Was ist das aber zu Hause? Weil die meisten Unfälle ja eben doch im häuslichen Umfeld passieren. Ja, das ist so. Gerade die Küche ist eine große Gefahrenquelle, heiße Flüssigkeiten, der Herd, Kaminöfen. Immer hintere Herdplatten benutzen hieß es damals, als meine Kinder noch sehr, sehr klein waren, nicht vorne. Das ist so, aber manchmal hat man ja auch so eine Art Tresen, wo man dann von beiden Seiten an den Herd kommt. Also das ist die moderne Zeit. Hängt auch so ein bisschen an der Architektur der Küche. Genau, ja, aber da ändert sich auch vieles. Da wiederum hat die Verletzung an Backofentüren ein bisschen abgenommen, weil die in den neuen Küchen ja eher in der oberen Etage zu finden ist. Also für uns erwachsend. Interessant, rülmschonend. Ja. Und für die Kleinkinder positiv, weil die da nicht mehr anfassen. Ja, was früher häufiger der Fall war. Und da ändert sich eben manches dann auch von den Verletzungen. Oder auch eben beim Kochen muss man auch gucken, dass die Griffe der Pfanne oder Stieltöpfe nicht eben rüber raken oder irgendwelche Tassen am Rand stehen. Und das sind so die typischen Sachen. Und auch ganz wichtig finde ich immer, wenn man selber was trinkt, was heiß ist oder die To-Go-Becher unterwegs. Das ist ja auch so Ihr Lieblingsthema, diese To-Go-Coffee, weil die gehören ja im Grunde als Accessoire dazu schon. Diese Halter zu jedem stylischen Kinderwagen, das wissen wir. Aber ich sehe das auch ganz oft im Alltag und denke immer, oh Gott, oh Gott, nicht hingucken, weil ich kann es kaum aushalten, wie doch relativ leichtsinnig für uns ein Heißgetränk eingenommen wird. Weil es ist natürlich schön, das unterwegs auch machen zu können. Aber wenn Kinder in der Nähe sind, reicht die Temperatur auch eines Latte Macchiatus aus, um ein Säugling oder Kleinkind zu verletzen. Weil die Haut viel empfindlicher ist und schon bei Temperaturen von 45 Grad schwere Verbrennungen eintreten können, was bei uns jetzt nichts Dramatisches machen kann. Also bei uns würde das noch nichts machen. Man würde vielleicht sagen, man spürt was und würde mit Wasser abspülen, aber es wäre okay. Und bei einem Säugling natürlich ist das schon eine eklatante Verbrennung dann in dem Moment. Da kann dann deutlich mehr passieren, genau. Das heißt, wenn Sie sehen, fünf Leute mit Latte Macchiato to go, beugen sich über den Kinderwagen, dann wird sich kurz davor hinzuspringen. Richtig, da kann ich nicht so gut zugucken. Aber man muss auch manches heutzutage ja auch aushalten, so ist es nicht. Und man kann auch nicht überall natürlich die Flöhe husten hören, das ist auch so. Aber wie ich eingangs schon sagte, man soll sich der Gefahr bewusst sein und das ist, glaube ich, der beste Schutz für die Kinder. Ja, und ansonsten, wenn wir nochmal auf den Haushalt zurückkommen, neben der Küche ist natürlich auch das Badezimmer durchaus auch ein Bereich, den man immer im Blick haben sollte. Gerade wenn man die Badewanne einlässt, nicht vergessen zu überprüfen, ist das Wasser in der richtigen Temperatur für die Kinder oder nicht. Und dass die Kinder auch lernen, erst in die Wanne, wenn ein Erwachsener sozusagen nachgeschaut hat. Ja, weil manche klettern einfach dann selber rein und jeder weiß, dass der sich mal eine Wanne eingelassen hat. Manchmal ist es wirklich noch zu heiß und da kann es eben knapp über 40 Grad für ein kleines Kind schon eben zu stark sein. Ja, also aufpassen und selbst wenn man aber aufpasst, kann ja auch mal was passieren, weiß ich selber, dass meine Kleine sich gerade ein bisschen verbrannt hat an einer Tomatensuppe, die ihr über den Arm gekippt wurde. Was tun in so einem Moment? Weil erstmal die Kinder weinen natürlich, es macht Schmerzen. Wie reagiert man richtig? Ja, also das Wichtigste bleibt das Kühlen. Also erstmal Tiefluft holen, Ruhe bewahren und kühlen und da muss auch gar nicht das Eiswasser her oder gar ein Kühlpack aus dem Gefrierfach. Das ist häufig dann zu kalt, das ist dann sozusagen auch für die Kinderhaut wieder das andere Extrem. Da kann es auch zu einer starken Unterkühlung oder Erfrierung kommen. Deswegen lauwarmes Wasser, so 20 Grad Wasser ist völlig ausreichend und man kann auch einfach ein feuchtes Tuch drüberlegen durch die Verdunstungskälte, kühlt es auch schon. Und man sollte eben möglichst nur die Stelle, die betroffen ist, kühlen, weil manche stecken dann das ganze Kind unter die Dusche und das kommt quasi als Eisklotz in der Klinik an. Da muss man immer ein bisschen schauen und man kann auch zu Hause schon mal ein Zäpfchen geben gegen Schmerzen. Das schadet in dem Fall dann auch nicht, dass das schon mal wirkt, damit die Kinder eben nicht erst was bekommen, wenn sie beim Arzt oder im Krankenhaus Paracetamol oder Ibuprofen, kann man ruhig den Kindern auch geben. Weil jeder, der sich schon mal selber als Erwachsener irgendwo am Bügeleisen oder so verbrannt hat, weiß ja, das tut ganz schön weh. Und wann Notarzt, wann Kinderarzt, wann Klinik oder kann ich erst mal selbst behandeln und sagen, ich habe eine Brand- und Wundsalbe da, schmiere ich drauf? Also solange es ein kleiner Bereich ist, sprich sagen wir mal so zehn Zentimeter im Durchmesser und sie sehen nur eine Rötung und keine Blasenbildung, dann finde ich können sie auch erst mal zu Hause kühlen und das beobachten, wie sich das entwickelt. Aber letzten Endes ist es so, als Eltern sind sie Laien und im Zweifel stellen sie sich vor. Also ich denke, lieber einmal mehr zeigen, wie es aussieht als Abwarten und auch nicht einfach irgendwas raufschmieren. Also kühlen, das kann jeder machen, aber wir haben es regelmäßig, dass irgendwie zu Hause von Zahnpasta über Mehl oder Öle wird draufgetan. Das ist aber teilweise dann auch bei Dr. Google, wenn man das guckt, das wird ja dann doch mal gemacht, dann heißt es Zahnpasta, aber ist Quatsch. Es stimmt ja eben auch nicht alles. Es ist völlig unsinnig und vor allen Dingen das Schlimme ist, Sie müssen sich vorstellen, man muss das dann auch noch wieder runterholen. Das heißt, die verbrannte oder verbrühte Haut, die tut per se schon weh, wie jeder ja schon mal irgendwo gehabt hat. Und dann ist da was drauf, wo der Arzt sagt, um Gottes Willen und es muss wieder runter. Das heißt, man muss in der Regel die Kinder dann auch auf jeden Fall analogosidieren oder gar Narkose versetzen, damit man schmerzfrei dann einen vernünftigen Verbandswechsel machen kann. Und wenn man sich auf das Kühlen konzentriert und Beruhigen des Kindes, Ruhe bewahren, sich Hilfe holen, sozusagen, wenn man sich darauf fokussiert, macht man schon mal eigentlich alles richtig. Und dann gegebenenfalls eben doch den Kinderarzt konsultieren, wenn es in der Woche ist oder am Wochenende dann vielleicht doch ins Krankenhaus. Denn die Bläschen, glaube ich, die Brandblasen bilden sich ja doch nicht sofort, sondern erst ein bisschen später, oder? Ja, das ist unterschiedlich. Also manchmal sieht man das schon direkt nach einer, wenn es eine ausgeprägte Verletzung ist, sieht man das schon relativ schnell, also nach einer halben Stunde, Stunde. Und wenn Blasen da sind, würde ich auch immer eine ärztliche Vorstellung empfehlen, weil dann sollte man einmal gucken, wie ausgeprägt ist das. Man sollte das dann sauber, steril abdecken, damit es dann auch wirklich heilen kann und sich nicht entzünden kann. Weil wenn die Blasen aufgehen, dann hat man eine große Wundfläche und das ist natürlich auch eine gute Eintrittspforte für Keime. Wie lange dauert die Heilung, das hängt natürlich vom Grad der Verbrennung ab, logischerweise, aber wie lange dauert so eine Heilung von Verbrühungen und Verbrennungen in der Regel? Na, wie Sie schon sagten, hängt es vom Grad der Verletzung ab, bei Verletzungen von Grad 2a, das ist so sozusagen die erste Blasenbildung, aber der Wundgrund ist noch rosig und gut durchblutet. Da sehen wir eigentlich eine Heilung von innerhalb von einer Woche bis zwei Wochen, je nachdem, das ist also auch bei jedem ein bisschen verschieden. Und dann bildet sich nach der Zeit eine ganz zarte neue Haut, die auch noch Schutz bedarf, aber das ist gedeckt. Gut, eincremen dann wahrscheinlich im Sommer jetzt, ne? Unbedingt, also auf Sonnenschutz sollte man immer achten, egal was an Verletzungen abgeheilt ist, das sagen wir den Eltern auch immer, weil die Haut deutlich empfindlicher ist, die neue Haut. Und bei tiefergehenden Verletzungen kann es auch mehrere Wochen dauern, bis es endgültig verheilt ist. Ja, bei sehr tiefen Verletzungen, sprich Drittgradigen, wo alle Hautschichten betroffen sind, ist teilweise auch eine Hauttransplantation notwendig. Also mehrere chirurgische Eingriffe sind notwendig, mehrere, viele Verbandswechsel, ein langer Krankenhausaufenthalt. Das ist natürlich schon traumatisch, sicherlich auch für Kinder, ne? Das ist auf jeden Fall traumatisch für alle Beteiligten, nicht nur für die Kinder, auch für die Familie. Und selbst wenn dann das, sag ich mal, verheilt ist und verschlossen ist, ist es häufig dann auch noch nicht vorbei, weil die Kinder dann zu einer deutlichen Narbenbildung oft neigen, die dann auch noch mit Kompressionswäsche zum Beispiel eben behandelt werden muss. Und das kann also dann auch über Jahre gehen. Plus wahrscheinlich die Angst auch vor Feuer, ist das so, dass es auch so was zurückbleiben kann, natürlich so eine Art Trauma, ne? Das spielt auch eine Rolle mit. Also die Kinder und Familien haben häufig, ja, sie sind traumatisiert alle und jeder auf seine Weise, das betroffene Kind zum einen, die Eltern, aber auch Geschwisterkinder, die das natürlich auch aushalten müssen, wenn sich erstmal alles um das betroffene Kind, was ja selbstverständlich ist, dreht. Aber das ist auch für den Rest der Familie häufig nicht einfach. Also das ist schon schwierig. Ja, vielen Dank schon mal für das Gespräch bis hierhin, für die vielen Tipps. Vielleicht haben Sie noch einen Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, wo man sich noch weiter informieren kann, wenn man zu dem Themenkomplex noch etwas sucht jetzt. Ja, also da kann ich auf jeden Fall die Seite von Paulinchen e.V. empfehlen. Das ist ein Verein, der sich die Prävention sozusagen ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat in Norderstedt, also nicht weit von uns hier in Hamburg. Und die machen ganz tolle Arbeit und unterstützen auch die Familien, die betroffen sind, machen auch tolle Freizeiten für betroffene Kinder, die also schwere Verletzungen sich zugezogen haben mit entsprechenden Folgeerscheinungen. Sie haben ihr Leben leben müssen, weil sie quasi gezeichnet sind und die leisten wirklich tolle Arbeit und haben auch viele Sachen super zusammengefasst. Das kann ich gar nicht besser machen hier in diesem Podcast. Sehr gut, weil ich finde, Sie haben das fantastisch gemacht, aber da ist noch mal ein Überblick zum Nachlesen. Nicht nur zum Grillen, sondern auch zu Weihnachten, Silvester. Also sind alle gefahren, sind da wirklich gut aufgeführt, sodass sich da jeder super informieren kann. Und ich glaube, es gibt auch Aufklärungsangebote für Kitas und Schulen, dass man da sich auch irgendwie... Richtig. Also es gibt auch einmal im Jahr den Tag des brandverletzten Kindes. Der ist im Dezember regelmäßig in ganz Deutschland. Und dort wird eben versucht, noch mal die Kinder aufzuklären. Je nachdem, was für ein Motto gerade ist, haben wir zum Beispiel das so gemacht, dass wir Grundschulklassen eingeladen haben. Die konnten dann bei uns auf dem Krankenhaus und Gelände zum einen was über die Gefahren erfahren, zum anderen eben ein bisschen über Erste Hilfe konnten Feuer löschen und auch einen Krankenwagen angucken. Und das hat die ganz doll beeindruckt und zumindestens ist ihnen hoffentlich klar geworden, wo einige Gefahren lauern und sie sind dann ein bisschen geschützter. Vielleicht zu Ihnen zum Schluss nochmal, warum sind Sie Ärztin geworden? Warum Kinderchirurgin? Ja, also Ärztin bin ich geworden, weil mich das schon immer interessiert hat. Von klein auf an hat mich dieser Berufswunsch verfolgt. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber ich bereue es nicht. Genau, vielleicht auch das. Und je älter ich wurde, so klarer kristallisierte sich das heraus und habe mit Freude Medizin studiert. Und über die Zeit hat sich dann eben auch ergeben, dass ich gut mit Kindern kann und da die Arbeit mir sehr viel Spaß macht und in der Kinderchirurgie finde ich halt einfach auch spannend, dass sie sehr, sehr vielfältig ist. Das ist ein ganz breites Fach von Frühgeborenen bis 18-Jährigen und eben von der Hautverletzung, wie jetzt hier in diesem Falle, bis hin zu operativen Eingriffen, jeglicher Art, urologische Sachen. Also es ist ein ganz breites Fachgebiet, was immer viel Freude macht. Ja, und da spürt man, dass es Ihnen Freude macht. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben. Einen schönen Sommer. Ich weiß nicht, grillen Sie denn zu Hause? Wir grillen auch, ja, weil wir haben einen Elektrogrillen. Genau, also das und alle Gefahrenquellen auch sonst einigermaßen gebannt. Und Abstand muss eingehalten werden. Also meine Tochter wird leider dann immer gebrieft und sagt, ja Mama, ich weiß doch. Ich bleibe drinnen, wenn ihr grillt. Nein, so schlimm nicht, aber ganz so schlimm nicht. Aber Sie kennt das natürlich von der Arbeit, dass ich ab und zu auch mal was berichte. Natürlich, das prägt dann auch. Prägt, ja. Vielen Dank und danke, dass Sie zugehört haben. Hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Ja, danke auch. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de Slash-Podcast